So, einen wunderschönen guten Morgen von Sri Lanka nach Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, auch sächlicherweise. Und wir fahren jetzt hier ganz gefährlich über einen Bahnsteig. Ja, leuchtet immer. Man muss immer gucken, dass man hier richtig rüberkommt. Wenn jetzt ein Zug kommt, dann sollte man es nicht machen. Ruhe ist am Wasser, aber es ist ja gut zu wissen. Oh, da hat jemand ein Ding jetzt verloren. Da hat jemand Schlafen verloren. Hier ist was los, Chat. Kaum schnell. Einen da, Chat. Das gucken wir uns jetzt an, das ziehen wir uns rein. Die Fische hier verkauft, die sie fangen. Das ist so krass, das machen die alles per Hans, Junge. Wir haben übrigens eine interessante Sache rausgefunden. Das Tuk Tuk heißt eigentlich Taktak, ne? Taktak heißt das, ja. Hallo. 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 Ein Surfding nach dem nächsten Chat hier. Hello! Da sind sie. Na, alles gut? Alles gut. Morgen! Die Konkurrenz ist ja groß hier, wa? Ja. Ich muss jetzt alle anderen hier abwimmeln. Kann man sagen. Ich wurde gerade mit den Worten gesagt, hello madam, you're looking so beautiful. Ich so, ja, genau. Genau, genau, genau. Das ist Indu und das ist die liebe Sophie. Und Toni macht Surfcurs mit Indu jetzt gleich. Mach ich das? Ja. Ah, guck mal da, Schatz. XXL oder was? Ah, XL, okay. Mal sehen, aber das ist groß geschnitten. Da press ich mich rein, Schatz. Ich glaub schon, das ist ab. Oh. Kelvin Klein. Ja, steht hier. Ich schätze. Genau, also zuerst machen wir immer halt so Trockenübungen. Vor allem mit Leuten, die halt noch nie surfen waren oder so. Damit man nicht im Wasser halt das erste Gefühl bekommt, sondern schon am Boden. Guck mal, Schatz, Mädels. Wunderschöner Mann. Wunderschöner Mann. Wunderschöner Surflehrer. Ein wunderschöner, wunderschöner, wunderschöner Surflehrer. Wunderschöner. Ein Kelvin Klein-Supermodel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, jetzt wird's interessant. Das ist, glaub ich, geil zum Aufnehmen, oder? Wenn er so hoch springt, oder? Das ist so geil. Ja. Und Pelle, look my legs, okay? How they come. This is the most important thing. Slide and stay down, okay? But still you have to stay low. Stay down. So the most important thing, bend your knees. When your field ball is getting slow, you can push your front leg a little bit. Legs here. Find your hands on your chest. Dann reindrillst in the welle, und dann quasi mit dem Flügel hoch. Stand up. And most important thing, bend your knees and keep your hands. And look forward. You can go. Also ich paddle erst mal, oder? Yeah. So, paddle, paddle. Paddle. Und dann so... Ah, nee, doch nicht. Now up. There we go. Das wird schwierig sein. Ich weiß das. Mein persönliches Ziel ist heute, einmal aufs Board zu kommen, ohne sofort wieder ins Wasser zu platschen. Aufs Board. Ja, aufs Board. Jetzt hätte er dich beinahe weggehauen mit dem Surfboard. Jawoll. Ich kann ruhig ein bisschen rein ins Wasser, bis sie nicht so ganz weit weg sind. Danke schön. Wie geil ist das denn? Wie geil er einfach ist, ne? Oh, eine Chance. Juhu! Ich glaube. Ja! Toni! 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 Oh! 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 Muy bueno! Also, wie geil! Wie geil! Wie geil aber! Ähm! Uh! Geil, oh Mats! Wow! Aber der ist so der legerer Typ, also der wieder da steht. Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Oh! Oh! Die Hände, alles unter Wasser. Und jetzt kommt er! Und jetzt kommt er! Das sieht spaßig aus. Ist er der Tolli! Wie geil! Ich bin so stolz auf dich, Hase! Ohne Witz! Ja! Ich würd sagen, er wird zur Meisterschaft anmelden. Boah, ist doch salzig! Boah! Ah! Ich kann ein Bild mit dir und Toni und den Ball machen. Ja! Geil, oh! Wie fühlst du dich jetzt? Also, wie geht's dir? Ich würd sagen, wir melden uns vielleicht mal zur ersten Meisterschaft an. Ja, also ich fand, fürs erste Mal, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber ich war zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin echt begeistert. Du warst super oft auf dem Brett, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich da auch einfach was drauf stehen kann, ne? Ja, wirklich! Sie sagte gerade so, ey, wenn ich mit 47 auch noch so gut drauf bin körperlich, dann... Ja, so beweglich bin. Das möchte ich auch noch schaffen. Hase. Ich hab mich neu verliebt. Hase. Dann müssen wir jetzt gleich Feierabend machen. Ja. Cool girl, because today is anniversary day. 11 months together. Oh! Today? Oh, congratulations! Oh, congratulations! Sie sind heute elf Monate zusammen. Ja. Dann müsst ihr auf jeden Fall essen gehen, Omar. Ja, genau! Ich müsst da feiern. Ja. Es ist so schön. Ich möchte gerne mal vor euch ein Bild machen. Genau. Und dann surfen wir nochmal heute Nacht. Ich bin stolz. Und ich liebe dich. Und du hast das ganz toll gemacht. Und du sahst aus wie so ein junger Surfboard-Hase. Ja, das auch. Und ich fand, du bist sehr elegant geplumpst. Ja. Arschbombe jetzt. Ja. 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 Abrson. Ja. Dann schau mal vor. Ich habe mal vorbeige. Vielen Dank.